Ägypten war seit Menschengedenken ein Paradies. Aber jetzt herrscht Chaos. Gott des Himmels, du musst die Sterblichen schützen. Ich weiß nicht, ob ich da zu stark genug bin. Dann werde stärker! Bald herrsche ich über die ganze Welt. Meine Wüstenlegionen werden sie zur Rechenschaft ziehen! Du hast die Macht, das zu verhindern. Wie halten wir ihn davon ab? Wir leisten Widerstand. Und du bist wirklich kein Gott? Wessen Gott sollte ich denn sein? Der Gott des Unmöglichen. Komm her, Dämon! Sie wissen, sie können nicht gewinnen. Es ist Selbstmord. Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. der Sohn von Krypton gegen...